Ladies and Gentlemen, in der roten Ecke, Adrian Rath! Sein Gegner, wir rufen in die blaue Ecke, Lars Burry! So, angesetzt, ich wurde gerade korrigiert, ist dieser Kampf auf 6 Runden a 3 Minuten. Ich habe nur eine Bitte an die Fans, anfeuern ja, aber bitte während des Kampfes keine Trommeln. Okay? Damit die Kämpfer, weil die Kämpfer müssen den Zeitnehmer hören, wenn er klopft und das irritiert. Also während des Kampfes bitte keine Trommeln, in der Pause sonstiges gerne, nur während des Kampfes nicht. Dankeschön! Jetzt dürft ihr noch! Okay, alle bereit? Schau mal! Dann heißt es jetzt hier, mit eurem Applaus, Ringfeind zur ersten Runde, Round No. 1! Applaus Schau mal! SCHAU ốt, Bock listening! Gut verheirrt, gut verheirrt. Immer schnell den Rüben suchen, Distanz finden und arbeiten. Schaut dir an. Gut in die Distanzen. Okay? Bleib zu. Bleib zu. Ein Pass. Ja! So weitermachen. Bleib zu. Bleib zu. Bleib zu. Schönen Rhythmus finden. Bleib dran. Ja. Genau. 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 Bleib zu. Bleib zu. Bleib zu. Bleib zu. Schönen Hing dranbleiben. Genau. Genau. Schönen Hing dranbleiben. Schönen Hing dranbleiben. Ja. Genau. Bleib zu. Genau. Bleib zu. Neh, nicht zu weit weg. Bleib zu. 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 Ja, lecker, lecker. Ja. Nicht weggehen, nicht weg. Ja, schön. Stopp! Und das war die erste Runde. Ja. AfD! 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 Beifall! AfD! 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 Können wir noch Druck setzen? Ja, dranbleiben, dranbleiben, den Rhythmus frei behalten, ja? Genau. Dann bist du immer im Flo drin, im Block drin. Nicht weg springen, weil dann kommt die Hau dir da blöd rum, weißt du? Du bist weg und dann willst du was fahren, dann kommt deine Hand drüber, brauchst du gar nicht. Du bist gut, wenn du hier endest, ja? Du bist kompakt, du bist stabil, du hast gute Power, gute Dynamik, passiert gar nichts. Seconds out, Seconds out und ringfrei zur zweiten Runde. Round number two. Round number two. Round number two. Round number two. Ja, such die Distanz, finde sie, komm. Geh dran, geh dran, geh dran, geh dran. Ja. Ja, bleb, bleb, bleb. Bravo! Bravo! Schön. Jetzt können wir nochmal einen Gabi höher schalten, Johnny. Komm. Ja. Ja, schön, schön, genau. Genau. Ja, gut, gut, toi, schick. Komm, komm! Ja! Ja! Ja, 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 ja! So ist gut. Schuck. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das ist gut. So ist gut. Ja. rot �. Immer hoffen hier hin warmer werden, ja? Ja, schön, konzentriert, geh hin, geh hin. Ja, schön. Lass ihn kommen, lass ihn kommen, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Deine Distanz, genau so. Bleib zu, bleib stehen, bleib stehen. Jetzt mitmachen, mitmachen. Ja, kein Stress. Bleib zu, bleib zu. Jetzt bist du da geblieben, jetzt hast du passen. Ja, es passt. Jetzt mitmachen, jetzt. Bleib zu, bleib zu, bleib zu. Brake. Genau, und wieder weitermachen. Und wieder weitermachen, da hast du aufgefangen, genau. Deine Distanz, deine. Bleib zu, bleib zu. Na, unten, wieder auf. Genau. Gut. Bleib zu, bleib stehen, bleib stehen. Genau. Geht jetzt nicht, schau, was geht das nicht. Jawohl, jawohl. Jawohl. Geht, geht, richten. Jawohl, jawohl. Bleib da, bleib da, geh hin, noch schick. Noch schick. Ja, ja. Ja, ja. Ja, guter Ball. Perfekt. Schämpel, schämpel das mit dem Focken. Schämpel das mit dem Focken, genau. Jaaaa! Bleib zu, bleib zu, bleib zu. Und jetzt, oh, bleib zu. Aufwärtsheim. Hände nach oben, genau diese Bewegung ist gut. Und das war sie hier, die zweite Runde. Das war sie hier, die zweite Runde. Das war sie hier, die zweite Runde. Runde Nummer 3. Das war sie hier, die zweite Runde. Gute Hände, gute Hände. Gute Hände. Jawohl, siehst du da keiner gar nichts mehr. Genau, gute Hände. Deine Distanz, deine. Genau. Oben hast du stabile Hände. So wie du angefangen hast. So machst du weiter. So ist du. Ja, schön. Genau. Und stabil wieder. Jawohl, genau. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Gut, sehr gut. Klar. Ja, klar. Bravo, adres acum. Bist du dran? 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 Ja, genau. Schön da unter Druck setzt. Genau, so ist gut. Löst nicht mit Kombination. Ja, genau, bist du. Genau, deine Distanz und Kombination sind hoch. Okay Lass. Los Ab. Auf Lass. Ob ich, 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 Ob ich. Ja, schön. creat, auf! Und das war sie, die dritte Runde. Schiffen die Hände vor, schiffen die Hände vor, weg du ihn. Steht bei ihm, lustig mit der Kombination, du schaust richtig gut an, schaust richtig gut an. Und dann bist du auch in der Bewegung. Wunderbar. Die Schluft halten. Schön die Beine am Boden behalten, jab rein, jab rein. Und wenn du in den Mund drückst, bam 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 bam, wieder schau und wieder hin. Seconds out und ringfrei zur vierten Runde. Round number four. Red corner, out of the ring. Red corner, out of the ring. max Ian Wings. Übergerte. Most of them, not of him. Geh! Geh! Ja, komm! Ja, schön! Ja, gut! Ja, gut! Ja, das macht was, auf! Ja, weiter! Ja, weiter! Ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Je m'aime업' Mariaums! 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 Kaussi! Argentina Mariaums! Liebe Freunde, das war ein toller Boxkampf. Ich denke mal, auch hier haben sich beide Boxer nochmal einen Applaus von euch verliehen. Ich denke mal, auch hier sind die Boxer, die sind die Boxer, die sind die Boxer, die sind die Boxer. Ich denke mal, auch hier sind die Boxer, die sind die Boxer, die sind die Boxer, die sind die Boxer, die sind die Boxer. Und hier ist die Boxer für TKA in der vierten Runde Andriohr Rorns. So, seinem Gegner Lars Budi gute Besserung, er hat sich an der Hand verletzt. Er hat sich an der Hand verletzt.